jetzt schon wieder bombe und damit hört oder seitz und willkommen zurück bei rainbow six siege ruin schon wieder die beiden next sind die nächsten die gegner wieso spielst du jetzt rekrut ich hab deinen namen darunter gefotoshoppt ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuführen hier küche jetzt schon wieder was hallo clash gute deckung ist sie mozzi oder nein 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 ich wollte in den keller das ist kühler scheiße schaft sie Na toll, eine Menge Gummien liegen rum. Okay, scheint niemand zu sein. Ah, eine Gummine natürlich am Fenster. Ah toll, jetzt bringt er mich um. Wie hat denn der da geguckt gerade eben, der Schwarzbart? Lesion, Klavierraumtod. Der Schaf ist nicht länger in deinem Besitz. Oh oh. Gut zerstört, voll. Habe ich auch, mit dem Drauftreten. Pff, was? So, ich komme nicht aus. Gleich staut. Schieß doch. Ach man. Jetzt kommt ihm schon ein Dings raus. Okay. Was? Ich habe die ganze Zeit Nitroziehen zu... Woher? Schon wieder? Hörst du das auch? Beim EMP-Mann? Nö. Ach, die zieht da die ganze... Ja doch, beim EMP-Mann. Ich kenne C4. Die... Nee. Nicht das Piepen, sondern wenn du das rausholst, dieses... Nö. Weil die, äh... Kraftfrau... Kraftfrau sag ich schon. Kamerafrau. Kamerafrau. Hat die ganze Zeit immer das rausgeholt und wieder weggepackt gleich. Was bei mir oft passiert, wenn ich, oder relativ oft, wenn ich die Kamera wechsle, dann höre ich das Gleichgeräusch, was ich eingangs gehört habe. Also wenn in der Nähe ein AVS ist, und ich gehe in eine Kamera, die neben dem AVS ist, höre ich immer dieses... Reingeh-Geräusch vom AVS. Als würde das ständig da platziert werden. Nee, die Kamerafrau hat ja das wirklich immer... Rein, raus, rein, raus. Und das hatte ich ja... Bei mir auch gehört. Also wovor ich gestorben bin, irgendwie zu mir kam. Dann hat die mich... Wusste insofern, wo ich war. Oh. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe auf die Krügerung. Das klingt oben wie Hauptschlafzimmer. Vielleicht auch Trophäenraum. Nee. Irgendwie oben. Dachzimmer. Störsindermann. Drohne hat alles. Komm, 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 hallo. Komm, komm, hallo. Was? Das gibt's auch nicht. Lille, sie hupen. Spür so ein paar Scheiße hingedabbert. Und dann kommt eine andere ein. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Achtung, Extremion! Alle Außenkameras kaputt. Ach nee, da ist er doch auf dem Turm. Einmal Kamera auf und dann hat die Frau zerstört. Okay. Okay. Ach, ich sah schon das Fenster auf. Kacke. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Oh. Aha. Jetzt darf ich zwischen den beiden Fenstern stehen. Naja, fast. Reiner, ich war... Oh Mann! Was ist denn da? Ja! Der Entschärfer muss zurückgeholt werden. Oh Mann! Dein Platschgeräusch hat, glaube ich, das Rausspringen übertönt. Jetzt hast du doch da eh nichts. Das Fenster war schon offen. Na, wenn die auf die Dachziegel hüpft. Es wird ja eine Funktion geben, wo man sich dann noch an einer Kante festhalten kann. Es hat Dachrinne. Verbiegt die sich nun vielleicht trotzdem runter. Naja, keine Dachrinne. Nee, einfach, dass du dann nochmal Leertaste drückst. Ja, so und du dann halt da... Oder dass deine Drohne in der Vorbereitungsphase Büsche pflanzen kann, wo du dann draufhällst. Dann hörst du einfach mal nicht so ein Scheiß, ne? Ich weiß doch nicht, warum du haust. Ich sterbe da drauf. Du dickes Ding. So viel Lärm beim Fahren. Wirst du doch mal. Hier nicht zu, da nicht zu. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hier beim Vorratslager auch nicht. Da hat überhaupt nichts zu gemacht. Großartig. Hauptsache, der Junker ist gleich mobil. Eine Überraschung. LMG ist nicht mehr aufgebaut. Schild, wir haben aufgeschickt. Stacheldraht in Position. Die haben Ash. Ey! Das ist doch nicht dein Herz. Das darf doch nicht sein. Kommt rum und bringt mich sofort um. Blöde Ash. Das ist so lächerlich, ey. Was ist denn das hier? Ich kriege dich ganz schnell wieder zusammen, Mann. Hm, was ist denn das für eine Drohne? Meine Kärchen sind in Position. Da sitzen sie beide da hinten in der Ecke. Zu zweit. Die bleiben da aber auch in der Ecke. Bist der Entschärfer da? Okay, ist er nicht. Meine drei da. Wie die durch die Kärchen gar nicht sterben. Gefühlt stand da jetzt ewig in der Wolke. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Inno da? Ja, was? Ich höre dich noch. Bei Termit und Smoke standen gerade auf der Stelle. Dann haben die die Gewundene gewonnen. Und dann IQ. Ist auch stand auf der Stelle. Und dann kurz mal gesprungen. Und dann ging es weiter. Okay. Dann stand sie wieder auf der Stelle. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder seit Wochen probiere mit mir deine Tappe. Hast du es denn gefüttert? Was stören die Kinder auf dem Spielplatz? Die Funkverbindung? Aber Kabel. Stehen sie auf dem Kabel? Nee, ich stehe bloß auf dem Schlauch. Das ist doch immer so unterschiedlich. Mal habe ich abends nicht zu Hause bin. Gar keine Unterbrechung. Und dann erst den Rechner runterfahren. Oder manchmal gleich unterbricht er gleich zwei Mal hintereinander. Dann ist wieder Ruhe. Wenn die Verbindung ja wenigstens schlecht wäre, dann könnte man sagen, ja, hm, es sind vielleicht zu viele gerade drin. Oder irgendwo ist ein Kasten abgeraucht. Und die haben jetzt seit einer Woche nichts gemacht. Aber wenn es mal kurz abbricht... Es blickt ja immer die... wo die Powerleuchte... die Zentren anzubringen. Die Wand verstärkt! Die Wand ist sicher! Einer präpariert. Nicht in den nächsten 10 Sekunden. Hm. Ach, da ist die. Doch ist das Ding. Halt, bin noch nicht fertig. Halt. Nein, 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 nein. Ich lade nach! Brauche Deckung! Gott, wenn jetzt einer auf dem Parkhaus steht. Aua, Aua! Hübschen gleich weh. Abstand halten! Neue Übertragung aktiviert. So, 4 haben sie noch. Hm. Jetzt nicht mehr. Hm. Ich suche nach Feinds. Nur noch ein Gegner übrig. Die Gegner. Auch bei mir. So, nicht du, Herr, zu dich. Ich hab noch nicht mal einen gesehen. Mich hat Buck verfolgt. Und mit dem Kopf gegen das Fenster. Wollten noch ein Kissen platzieren. Nehmt er auch nicht an. Ich hab bestimmt Serafina gefunden, den Wurm. Ich hab noch nie. Ich hab noch ein paar Tage vor. Aber jetzt wird es so wahnsinnig sein. Ich hab noch ein paar Tage. Ich hab mir noch ein paar Tage gehalten. Ich hab noch ein paar Tage. Jetzt wird es noch ein paar Tage nachher verursachen. Ich hab noch was. Ilk saye der Bedeutung vor. Ich hab noch ein paar Jahre. Sichern. Die Bomben weiter schützen. Ich hab noch ein paar Jahre. ein AVL-Typ mit einem Gegner zu mordern. Kann man auch schmerzen. Waren macht Luke zu. Ich komme hin, ich muss noch jemanden zum Smogen. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Bombe vom Gegner entdeckt. Eingang präpariert. Sie sehen den Explosionsradius auf. Guck, 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 guck. Außen Fenster ist jemand. Komm, weg hier. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Äh, Pieper ist jemand, Hockey. Rot, IQ. Noch jemandes. Paletten. Scheiße. Noch einer war da, glaube ich. Grad niemand zu sehen. Ja, es war keiner rein. Ja, Paletten. Kommt vor. Ist grad nicht in der Nähe der Tür. Oh Gott. Anderes Zimmer ist jemand drin. Vorsicht, Hockey. Paletten. Gelber Pink. Jetzt komme ich Richtung Fenster gerannt. Nein, hat mich. Hat gelben Pink immer noch. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Mission bevor. Für eigenen Tropfen. Als ich dann gemerkt habe, dass keiner in dem anderen Raum war, habe ich einen Jungen aufgenommen, dass da einer drin war. Weil da Geräusche waren. Die anderen plötzlich alle weg waren. Und der Schiss erst mal in die Kapkanone, ne? Oft zwar noch auf sie geschossen, aber... Ist gut reingeflogen. Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine... Boah, der einzige der noch nicht gestorben ist. Dann... Halt dich mal ran. Küche. Kitchen. Kitchen impossible. Kann man das essen? Ja, aber da gibt es Essen. Mit Rainer kein Essen. Ne, gibt es doch kein Essen, wenn der da ist. Nach dem Salat lässt er da. Nicht, wenn da ein Schwein dran geknabbert hat. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Was? Hm. Ja, fünf Rausreiner. Auch nur oben, schade. Na, zählt trotzdem. Hör mal rauf. Was? Ja. Jetzt haben die bestimmt den Aktionraum aufgemacht, die blöden Gegner. Was? Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Ich guck, ob ne Kamera in den Raum vielleicht ist. Und bei mir ist irgendwo jemand? Das ist unten gewesen. Ich guck nicht. Ich guck, es ist eigentlich garter so. Ja. Also wenn hinten einer hochkommt, dann würde ich das sagen. Also ich kann es dir trotzdem sagen. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ich dachte, er wolltest nicht sterben. Jetzt spritzt man den Kirchenmann. Doch, doch. Du hast gesagt, ich bin der Einzige, der noch nicht gestorben ist. Nein, du wolltest nicht sterben. Das habe ich nie gesagt. Hast du dir innerlich vorgenommen? Oh, da ist ja der Spritzenmann. Markiert auch Spiel. Ja, ich kann ihn auch nicht markieren. Jetzt aber. Nein, jetzt nicht mehr. Das ist im Nebenraum. Der Rob da. Ach, Spiel. Super. Er ist lying on the ground behind the couch. Freizeit. Das ist echt beknackt. Das war zu reiht. Jetzt. Er war ja auf den Inseln getroffen. Ja. Ach so, er hat geguckt. Ja, er hat geguckt, aber trotzdem. Er hat instant dann ihn getroffen. Das war eine ziemlich coole Aktion gerade eben. Wenn man schon jemanden nicht umbringen kann. Äh, Entschuldigung. Nicht markieren kann. Dann bringt man ihn halt um. So rum. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Ja. So rum. Ja. Vielen Dank.